Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Willkommen zurück in der dritten Liga am mittlerweile 25. Spieltag und dort empfangen wir nachts bei auswärts Auftritten mal wieder im heimischen Preußenstadion eine Mannschaft, nämlich die vom FC Hansa Rostock. Die Hansa Kogge hat also in Münster Station angelegt. Heute am 17. Februar 2018 unter der Leitung von Ansgar von Haunstein heißt es für die Preußen die gute Form beizubehalten. Seit sechs Spielen sind wir ohne Niederlage und zuletzt gab es ja einen sehr guten Erfolg beim 3 zu 1 in Magdeburg. Haben wir gegen einen direkten Konkurrenten gewinnen können und uns erstmal ein bisschen, wirklich nur ein bisschen in Luft nach unten verschafft. Sind momentan immer noch Tabenz weiter. Drei Punkte nur noch hinter Lotte, drei Punkte vor den Tabenz dritten, vor den VfR Aalen. Aber ja, wir sind noch lange, lange, lange nicht über den Berg. Die Saison ist noch sehr, sehr lang und es gilt wirklich jeden Punkt, der möglich ist, zu holen. Heute also gegen den FC Hansa Rostock, der langjährige Bundesligist und Zweitligist. Wir gucken mal kurz, gegen wen die Konkurrenz so spielen muss. Zum Beispiel Magdeburg, gegen die wir also beim letzten Mal gewonnen haben. Die müssen zu der zweiten Mannschaft von Werder Bremen. Dann gibt es ein Sechs-Punkte-Spiel zwischen Würzburg und den FSV Zwickau. Der aktuelle Dritte der VfR Aalen spielt bei Rot-Weiß Erfurt. Und ansonsten Osnabrück und Lotte spielen erst am Sonntag gegeneinander. Also auch die nimmt sich wieder gegenseitig die Punkte weg. Aber wie immer, die Devise, wir schauen auf uns und das heißt heute ein gutes Spiel abliefern gegen die Hanseaten. Gegenüber dem 3-1-Erfolg in Magdeburg hat Friedrich Falk auf einer Position umgestellt. Evangelos Parfides, hier gerade links im Bild, kommt in die Mannschaft anstelle von Lukas Cuerto, der zuletzt nicht so überzeugt hat. Deswegen Parfides, der zuletzt mal im Zentrum, mal rechts gespielt hat, darf sich heute mal über die linke Seite versuchen. Und damit würde ich sagen, gehen wir ins Spiel. Preußen Münster gegen Hansa Rostock. Ein schwerer Brocken. Hansa Rostock in der Tabelle zwar nur 9er, aber wenn die heute gewinnen sollten, dann würden sie auch nochmal den Anschluss an die ersten drei Plätze wiederfinden. Und wir sind gewarnt, das Hinspiel in Rostock im Ostseestadion haben wir 0 zu 1 verloren. Und gegen eine sehr defensiv gut ausgelegte Mannschaft konnten wir da kaum zu Torchancen kommen. Das wird heute, hoffentlich am 25. Spähtag zu Hause, ein bisschen anders. Viel Spaß bei Preußen Münster gegen Hansa Rostock. BEMAN. 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 So, ich musste mich mal ganz kurz räuspern. Ich hoffe, ich denke im Nachhinein daran, das Haus zu muten. Werden wir unsere Startaufstellung sehen? Wie gesagt, eine Veränderung Papides, der in den letzten Wochen immer mehr und mehr an Spielzeit gewonnen hat. Heute also über die linke Seite und ganz vorne natürlich Tobias Waschewski, seit zwei Spielen wieder da und in beiden Spielen hat er getroffen. Bekommt den Vorzug vor den erfahrenen Grimaldi. Und das ist das Team von Pavel Docev, dem bulgarischen Trainer, mit Blasvic im Tor. Davor Holthaus, Ramos, Hüsing und Rankovic, Wannenwetsch und Gruppe auf der Doppel-Sechs, Wussiane, Adibas über die Außen, FCF auf der Zehn und Benjamina, bester Stürmer mit sieben Saisontoren, ganz vorne bei den Rostockern. Top-Torschütze ist allerdings Wannenwetsch, der in der Hinrunde noch auf der Zehnerposition gespielt hat, heute auf der Sechs, wo er normalerweise auch eher spielt. Hatte übrigens im Hinspiel das einzige Tor geschossen beim 1-0 Erfolg. Der Rostocker. Beide Mannschaften schwören sich nochmal ein für die folgenden 90 Minuten. Hier im Preußenstadion, was ja immer noch eine echte Festung ist. Wir haben ja erst zu Hause hier vor heimischer Kulisse ein einziges Spiel verloren. Das war eine Hinrunde beim 0-1 gegen Chemnitz. Das ist der Mann in Rot mit den grauen Haaren und der Pfeife und dem Headset. Ansgar von Haunstein wird heute diese Partie leiten. Der unparteiische diese Partie. Wir haben die Seitenball gewonnen und deswegen darf Tobias Waschewski den ersten Ballkontakt feiern. Preußen wie gewohnt in grün und schwarz. Vor links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Mit dem ersten Spielaufbau über Mönig und Miquel Rizzi. Erstmal Ball und Gegner versuchen ins Laufen zu bringen. Kammerbauer. Und der erste Feepass aber gut gerettet von Tobias Rüde. Der Matchwinner im letzten Spiel in Magdeburg war mit einem Tor und einer Torvorlage. Raskant gespielt, aber gut durchkombiniert von den Preußen. Mit Waschewski spielt da Hüsing was, glaube ich, in die Hacken. Deswegen erste Ballbesitz, erste Ballbesitzphase für die Rostocker. Mit Drankowitsch, den Rechtsverteidiger. FCF mit dem Ballverlust gegen Tobias Rüde. Der gerade mal im Zentrum zu finden ist. Kammerbauer wollte eigentlich ebenfalls ins Zentrum ziehen. Aber die Rostocker stehen da im Zentrum sehr gut zusammen. Die letzten beiden Spiele haben wir ja gegen 3-5-2-Systeme gespielt. Heute wieder gegen ein 4-5-1. Deswegen der Gegner natürlich gerade im Mittelfeldzentrum wesentlich kompakter aufgestellt. Guter Ball von Rüde für Kammerbauer. Seine Flanke nicht so schlecht. Pavlidis ein bisschen zu früh da vielleicht in den Strafraum gestartet. Deswegen der Ball über ihn hinübergegangen. Aufbau, Alibas. FCF. Gute Körpertäuschung gegen Rinderknecht. Benjamina. Oh, da ist gerade eine Riesenlücke. Und Kammerbauer kommt nicht hinterher. Und so gehört die erste Riesenchance. Aus dieser Partie den Gästen von der Ostsee gut durchgesteckt. Und dann aus Spitzenwinkel. Bustiane, der linke Mittelfeldakteur, trifft nur den Außenpfosten. Glück für die Preußen aus Münster. Fast wieder der frühe Rückstand. Ähnlich wie im Hinspiel. Körber allerdings mit dem Glück des Tüchtigen. Weiterhin Torlos. 0 zu 0. Waschewski. Hat er da gerade den Schiedsrichter? Ja, ich glaube er hat den Schiedsrichter angeschossen. Und dann kommt auch noch sowas dazu. Also sehr merkwürdige Anfangsphase. Läuft noch nicht alles ganz rund. Beim Tabenzweiten. Rostock kommt gut rein. Mit Wallenwetsch. Siegtorschütze wie gesagt im Hinspiel. Seine Flanke für das CF. Klickt quer. Und dann abseits. Also das ist ja wirklich eine sehr kuriose Anfangsphase hier im Preußenstadion. Aber Gott sei Dank hebt der Linienrichter die Fahne. Wir gucken nochmal drauf. Benjamin erster Versuch. Benjamin erster Versuch. Und dann steht, ich glaube es war wieder Wallenwetsch, oder? Im abseits. Bitte nicht wieder so ein Déjà-vu. Also doppelt Glück. Auch wenn wir da ein bisschen Pech hatten in der Entstehung, wie Rostock zu dieser Tormöglichkeit kam. Aber schlussendlich zum Glück eben nur abseits. Kammerbau, oh der war zu durchsichtig. Gut erahnt da von Alibas, den erfahrenen rechten Mittelfeldspieler. Und der spielt den hervorragenden Ball für der CF. Wenig kommt nicht hinterher. Glück an Glück genauso wenig. 20 Minuten gespielt. Also Rostock muss man festhalten hier. Jetzt mit der dritten guten Möglichkeit. Hier nochmal die beste. Aus der siebten Minute Busiane, als er nur den Pfosten traf. Und jetzt also auch der CF mit der nächste Möglichkeit. Also Münster, nicht nur mit Pech, auch mit ein bisschen Unvermögen im Spiel nach vorne. Das sieht noch nicht so gut aus, wie in den letzten Wochen zuvor. Rinderknecht um Spielaufbau bemüht. Kammerbauer, wieder Rinderknecht. Aber Rostock steht im Zentrum halt unfassbar gut. Aber jetzt mal eine Lücke. Mit Rizzi. Mit Waschewski und links. Das ist Pavlidis. Der einen Moment zu lang zögert. Und deswegen noch abgeblockt wird. Es müsste, glaube ich, erneut Hüsing oder doch Rankovic gewesen sein. Der Rechtsverteidiger, ehemaliger 96er. Neuzugang von Hannover. Währt da zur Ecke ab. Aber wenn Pavlidis den direkt nimmt, dann ist die Chance vielleicht noch ein bisschen größer. Ecke, Rizzi. Und da ist Leon Schwerz. Kommt da zum Kopfball. Blasvic. Leihgabe aus Gladbach. Gut dazwischen. Blasvic, dessen Vertrag ja bei Gladbach zum Saisonende ausläuft, steht ja auch immer noch unter anderem auf unserer Wunschliste. Als ein möglicher Kandidat für die Torwartposition, wo wir uns ja im kommenden Sommer auf jeden Fall umschauen müssen. Und wieder so ein überragendes Zuspiel. Und ganz stark, dass Leon Schwerz noch den Fuß dazwischen bekommt. Benjaminer beschwert sich. Spiel den noch schärfer. Oder mach ihn selbst. Aber so gibt, ich glaube es war wieder Safe, Leon Schwerz die Möglichkeit, da noch in allerhöchster Not zu klären. Also Rostock hier. Nach knapp 30 Minuten das klar gefährlichere Team. Ecke Alibas. Leon Schwerz mit dem Schädel dazwischen müsste ein Wurf für Rostock geben. Nein, denkst du, da war ein Gästespieler zuletzt dran. Also meine Herren, wir dürften uns hier nicht beschweren, wenn es hier aus unserer Sicht 0 zu 1 stehen würde. Rühle, auch zu wenig Bewegung. Kammerbauer müsste da mal die Schritte nach vorne machen. Stattdessen läuft Rühle jetzt mal gegen SCF. Ball noch im Spiel, auf der Linie, Rühles Sturmlauf. Aber dann SCF, der Zehner, mit der Rücknummer 8, ganz weit nach hinten gearbeitet. Kann das da gut klären. Kammerbauer holt den Kopfball vor die Füße allerdings wieder von SCF. Holthaus, der Linksverteidiger, guter Einsatz von Rizzi. Kein Foulspiel, aber Kubilanski im Zentrum noch überhaupt keine Anspielstation. Hat da kaum Ballkontakte. Der Pule, der zuletzt so formstark war, Leon Schwerz, Foulspiel, aber Vorteil. Glück an Gühl im Strafraum. Und dann wird es doch noch zurückgepfiffen. Aber zum Glück war das Foul von Schwerz, unserem jungen Abwehrchef, ganz knapp außerhalb des 16-Meter-Raums. Deswegen nur, in Anführungszeichen, Freistoß statt 11 Meter. Körper stellt seine Mauer. Bleibt dabei der Druck der Rostocker, bleibt bestehen. Und Alibas ist ein sehr guter Freistoßschütze. Und genau der steht jetzt auch an der Kugel. Oder haben Sie sich da was ausgedacht? Und wieder einmal durchpusten. Alibas probiert's. Und da fehlte nicht so viel. Ganz knapp über die Querlatte. Meine Herren, was ist mit der Offensive? Der Preußen los. 7 zu 1 Schüsse zugunsten der Rostocker. Also da muss spätestens in der Pause, in der Kabine, ein paar Worte gewechselt werden. Das kann hier so nicht weitergehen. Gühl, Waschewski schießt schon wieder den Schiedsrichter an. Was ist denn hier heute los? Also Rostock macht das auch wirklich exzellent bis dahin. Großes Lob an das Team von Pavel Dotschev. Pavlidis. Jetzt aber mal die Lücke ist da. Tobias Röde. Da war sie mal einen Schritt zu spät. Ramos noch mit dem Zweikampf. Und auch da fehlte nicht viel. Ähnlich guter Versuch wie bei Alibas vor wenigen Minuten. Und die erste gefährliche Situation, der erste guter Abschluss. Der Preußen Adler. Das gibt hoffentlich ein bisschen Selbstvertrauen. Aber Rostock spielt das wirklich. Ich kann mich nur wiederholen. Bis dato sehr, sehr gut. Auch wenn sie hier wieder ein bisschen Glück haben. Aber schwer, es holt sich den Ball. Kubi Lanski. Ganz, ganz seltener Ball bis dato. Waschewski. Super Zuspiel für Kubi Lanski. 45. Minute. Der entwickelt sich ja auch so langsam zum Torjäger. Der Mann wird erzählen. Martin Kubi Lanski. Rostock hat die Chancen. Preußen macht das Tor. Exzellentes Zustiel. Vor Waschewski. Erste Torvorlage übrigens in der Saison. Und klasse Volley genommen. Und wieder das Glück des tüchtigen Enfosten. Rein ins Glück. Martin Kubi Lanski. Der vor dem Spiel ja noch fraglich war. in Magdeburg das 1-0-Führungstor erzielt hat. Obwohl er eine Schulterverletzung hatte. Zur Pause dann ausgewechselt werden musste. Ist immer noch nicht bei 100% Spielfitness. Aber wie wichtig er ist. Zeigt diese eine Situation. Münster führt. Nicht verdient, muss man sagen. Aber sie führen mit 1-0. Und das Ergebnis jetzt erstmal bitte in die Pause bringen. FCF macht eine gute Partie. Rüde ebenfalls gut dazwischen. Jetzt aber der Feepass. Unnötig. Lucian. Rüde bei ihm. Ball schon draußen. Einwurf. Münster. Es gibt 4 Minuten oben drauf. Das ist aber ganz schön heftiger Nachschlag. Okay, aber davon sollte die Zeit jetzt auch langsam abgelaufen sein. Witzig nochmal. Und dann ertönt der Pausenpfiff von Ansgar von Launstein. Die Adler. Die Preußen Adler. Da sehen wir das Logo. Und den Schliffzug. Führer 1-0 durch seinen Treffer. Martin Kubilanski. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Siebtes Saisontor bereits. Zudem kommen noch 8 Vorlagen. Der Topscorer. Der Preußen. Adler. 1-0. Spielerisch sicherlich viel Luft nach oben. Aber vom Ergebnis her könnte es kaum besser laufen. Selten waren wir so effektiv wie heute. Normalerweise ist es ja immer genau andersrum. Wir machen das Spiel. Da haben die Chancen. Der Gegner macht das Tor. Heute läuft es dann halt mal umgekehrt. Warum nicht? Nehmen wir natürlich auch gerne mal an. Und starten direkt, denke ich, ohne Wechsel durch in die zweite Hälfte. Auch die Gäste von der Ostsee haben nicht getauscht. Weiterhin in den blauen Trikots und weißen Hosen. Mit dem ersten Fehlpass. Aber Kubilanski war dazu überrascht. Jetzt auf jeden Fall von links nach rechts spielend. Und mit Wannenwetsch. Verfolgt von Kubilanski. Kommt nicht ganz dran. FCF. Wannenwetsch. Oh, der Ball darf da niemals durchkommen. Aber wenig macht das am Ende sehr souverän. Pavlidis. Oh, muss den Ball da früher abspielen. Rankovic dazwischen. Der Roßhocker-Rechtsverteidiger gefällt mir auch sehr gut heute. Auf Benjamina. Der Mittelstürmer mit der Flanke. Gühl dazwischen. Und jetzt wieder ab in die andere Richtung. Kubilanski. Oh, ganz wichtig von Ramos. Riskant. Aber wichtig, dass er diesen Zweikampf gewonnen hat. Aber Rostock mit dem nächsten Sturmlauf. Brinderknecht hat diesen Pass erahnt. Macht er gut. Klärt erstmal. Und Gühl. Raus das Teil. Es sieht trotzdem sehr wackelig aus, was die Preußen heute in der Defensive da anbieten. Aber auch eben einen guten Gegner geschuldet. So, jetzt hat Rüde ein bisschen Platz. Rüde. Oh, ganz schlecht. Ganz Schlachter. Ganz schwacher Pass. Oh, auch der Pass hätte nicht ankommen dürfen. Rüde. Gegen Holthaus. Kommt nicht dazwischen. Gruppe. Benjamina. Guter Zweikampf erneut von Gühl. Rizzi mit dem Kopfball. Walwaschewski kommt nicht ganz dran. Und so wieder die Rostocker. Wieder gewinnen wir den Zweikampf. Aber wieder der Abpraller zum Rostocker. FCF in dem Fall. Kammerbauer muss raus. Aber die Flanke. Hinter das Tor. Keine Gefahr. Abschluss. Vom Tor der Preußen. Und der erste Wechsel. Bustiane. Geht vom Feld. Hatte im ersten Durchgang die Riesenchance. Traf den Außenpfosten. Und der schnelle. Wirbelwind auf dem linken Flügel. Fähr kommt in die Partie. Bringt da nochmal bestimmt frischen Schwung. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir spielen jetzt ein bisschen defensiver. Nicht zu viel riskieren. Bisschen durchs Zentrum kombiniert. Und dann der lange Ball von Waschewski. Der entwickelt sich heute eher zum Passgeber als zum Torschützen. Aber schön, dass er diese Rolle auch mal ausfüllen kann. Gruppe. Da ist Pferd zum ersten Mal am Ball. Ritzi im Zweikampf. Ritzi nochmal im Zweikampf. Komm. Das war ein Kampf um den Ball. Muss man jetzt nicht unbedingt abpfeifen. Aber es gibt Freistoß für die Hanseaten. Alibas von ganz weit draußen. Will er den Ball reinbringen. Tut er auch. Richtung Elfmeterpunkt. Erstmal rausgeklärt. Und jetzt vielleicht die Konterchance. Aber Waschewski ist da völlig alleine auf weiter Flur. Muss er erstmal auf Unterstützung warten. Und die Preußen machen es erstmal auf Nummer sicher. Kubilanski. Schöner Ball für Menich. Flache Hereingabe. Schwache Hereingabe. Rostock ohne Probleme dazwischen. Kann jetzt kontern. Wieder kommt Rinterknecht dann nicht in den Zweikampf. Und dann die Grätsche von Leon Schwerst. Von hinten in die Beine. Es gibt nur gelb. Hui. Ich glaube da hätte es den einen oder anderen gegeben. Der hätte es sogar vielleicht rot gezeigt. Huiuiui. FCF war es glaube ich. Der sich da im letzten Moment noch mit dem Rücken zu Leon Schwerst dreht. Deswegen trifft er ihn dann halt von hinten. Das ist vielleicht noch die einzige Erklärung warum es nur gelb und nicht rot gab. Und jetzt die Chance für Rostock. Voller die Waldfee. Leon Schwerst. Hier nochmal das Foul. Es war aber auch eine komische Bewegung vom Rostocker. Der bewegt sich schon fast mit Absicht genau in die Grätsche hinein. Als ob er diese Karte, die rote Karte produzieren wollte. Sei es drum. Fast aus dieser Chance, aus dieser Standart-Situation ein Gegentor entstanden. Die nächste richtig gute Möglichkeit für die Hanseaten. Die uns das Leben wirklich heute sehr, sehr schwer machen. Rinderknecht. Vielleicht werden wir nochmal reagieren müssen. 20 Minuten noch. Wir werden mal wechseln. Kubilanski natürlich auch schon ein bisschen angeschlagen. Den werden wir glaube ich auch heute rausnehmen. Für ihn bringen wir Cueto. Und für Rinderknecht bringen wir nochmal Danilo Wiebe. Doppelwechsel im Mittelfeldzentrum. Grimaldi werden wir wahrscheinlich kurz vor Schluss auch nochmal reinbringen. Für den heute nicht so auffälligen Tobias Baschewski. Der aber immerhin das 1 zu 0 von Kubilanski hier am Ball wunderschön vorbereitet hat. Rinderknecht, Baschewski gegen Ramos, gegen Wallenwetsch, Baschewski. Und nochmal die Flanke, der Versuch der Flanke von Rühle, abgeblockt, gibt die Ecke. Und man muss es doch nur sagen, Baschewski kommt auffällig, auf einmal mit einer guten Offensivaktion. Aber jetzt erstmal der Doppelwechsel bei den Gastgebern. Applaus vorm Publikum für Kubilanski und auch für Rinderknecht. Und jetzt erstmal die Ecke. Michele Rizzi, weit getreten. Tobias Rüde ist da, kommt nicht ganz dran. Nochmal Rizzi. Das war kein Abseits. Und ich glaube da war nochmal Tobias Rüde, der sich da akrobatisch versucht hat. Aber Blaschwitz ohne Probleme. Letzte Viertelstunde bricht gleich an. Rostock wird jetzt noch mehr riskieren müssen. Wallenwetsch. Aber die machen es richtig gut. Lassen den Ball gut laufen, halten ihn lange, spielen den meistens im genau richtigen Moment, wie hier. Alibas allerdings dann schwer anzunehmen. Ball ins Ausgerutscht. Wechsel. Benjamina geht. Der Stoßstürmer von Hansa. Und Tim Berinen kommt. Der Finne. Ein völlig anderer Stürmertyp. Quirlig. Dribbelstark. Für die letzten 14 Minuten. Pavlidis. Rizzi. Geduldig auf die Konterschance warten. Rostock läuft jetzt nicht allzu früh an. Bisschen unerwartet. Können erst nochmal ein bisschen den Ball laufen lassen. Wiebe und Menig. Hat ein bisschen Spielfeld vor sich. Und spielt den Ball gut die Linie lang. Zu Pavlidis. Oh, und dann liegt der Rankovic eigentlich schon am Boden. Und dann noch das Foul von Pavlidis. Das war völlig unnötig da. Die Grätsche von hinten. Cueto dazwischen. Aber wieder Ballbesitz. Wieder Ballbesitz. Oh, für Rostock. FCF. Legt raus. Wiebe kommt da überhaupt nicht in den Zweikampf. Wannenwetsch. Oh, das war ein guter Ball. FCF. Schweres. Kammerbauer. Weckt das Teil. Wir bekommen in der Phase keinen Zugriff. In den Zweikämpfen. Wiebe. Konterschance. Rühle. Das ist mal. Michele Rizzi. Michele Rizzi. Wird nicht attackiert. Rizzi. Und dann steht Pavlidis im Abseits. Geht aber nicht zum Ball hin. Denn es gibt den Eckball. Vier Minuten vor dem Ende. Und es gibt jetzt nochmal nachträglich Gelb. Für eben Evangelos Pavlidis. Und da hätte man sich wirklich nicht beschweren dürfen. Bei Schweres finde ich es noch in Ordnung, Gelb zu zeigen. Aber das Foul hier war eigentlich schon rot. Wenn wir ganz ehrlich sind. Also manche Schiedsrichterentscheidungen am heutigen Tag sehr, sehr merkwürdig. 87. Letzter Wechsel. Tommy Gruppe geht. Defensiver Mittelfeldspieler. Und Marcel Sima. Ein Stürmer natürlich. Nochmal in die Partie. Vier Minuten vor dem Ende. Hinter Anton Fink übrigens. In der ewigen Torschützenliste der dritten Liga auf Position 2. Was die Tore eben angeht. Und jetzt bringen wir nochmal Grimaldi. Ne, wir nehmen Pavlidis runter. Bevor der noch am Platz fliegt. Oh, Leon Schweres ist auch noch übrigens angeschlagen. Also in den letzten Wochen hatten wir echt sehr viel Pech. Auch mit Verletzungen. Müssen wir die letzten vier Minuten hoffentlich noch so überstehen. Und vier Minuten vor dem Ende wissen wir. Auch Grimaldi bekommt heute keine Spielzeit. Heinrich kommt nochmal für die letzten Minuten rein. Nikkele Rizzi beim Eckball. Kopfball von Waschewski. Im zweiten Durchgang immerhin. Ein bisschen auffälliger. Zweite gute Tormöglichkeit. Schöne Ecke. Und dann natürlich schwer zu nehmen. Läuft den Ball entgegen. Den Ball dort platziert ins Eck zu bringen ist sehr, sehr schwierig. Waschewski kommt da dran? Nein, Rankovic dazwischen. Holthaus. Der Linksverteidiger nochmal auf den Vormarsch. Wannenwetsch. Durchs Zentrum. Da ist viel zu viel Platz. Aber Gökhan Gühl mal wieder mit gutem Stellungsspiel. Wiebe. 90. Minute. Es gibt drei Minuten obendrauf. Und Heinrich, der hat noch Kraft. Moritz Heinrich gegen Rankovic. Gut quergelegt. Rechts ist eine Menge Platz. Aber warum geht der Spieler dem Ball da auch nicht entgegen? Und jetzt nochmal Rostock mit der Chance. Mit dem Zuspiel. Aber Kammerbauer fängt den Ball ab, spielt da hinten und dann ist Schluss. Hui, hui, hui. Das war mal ein echt hart erkämpfter Sieg. Und nach vier Spielen, wo wir nicht zu null gespielt haben, schaffen wir es heute mal wieder zu null zu spielen. Und das war wichtig. Denn wir gewinnen am Ende 1 zu 0 durch den Siegtreffer von ihm hier, Martin Kubikanski. Aber Rostock, wenn wir ehrlich sind, hat heute mindestens ein Unentschieden verdient. War ein Gegner auf Augenhöhe, zeitweise sogar auf besserem Niveau als der Tabellenzweite. Aber wer solche Spiele gewinnt, das wisst ihr, die schaffen es normalerweise auch ganz weit oben in der Tabelle zu stehen. Wir gucken mal ganz kurz auf die Statistik. Wir hatten zwar ein bisschen mehr Ballbesitz, aber Rostock mit mehr Tormöglichkeiten. Und Waschewski wird zum Man of the Match gewählt, obwohl er nicht getroffen hat. Aber das Tor von Kubikanski halt wunderschön. Wirklich ein toller Pass, heute mal vorbereitet hat. Hui, aber trotzdem hätte auch durchaus wirklich anders ausgehen können. Wir sind zufrieden. Wie man am Ende des Tages gewinnt, da fragt in zwei Wochen oder in einer Woche keiner mehr nach. Und ihr seht, wir sind sogar vorübergehend Tabellenführer. Mal gucken, was noch die Sportfreunde aus Lotte machen. Und jetzt müssen wir erstmal auf Leon Schwerst drei Wochen verzichten. Ihr wollt mich doch echt verkohlen. Überdehntes Knie. Oh, wenn der jetzt auch noch mehrere Monate ausgefallen wäre. Uns gehen langsam die Verteidiger aus, liebe Freunde. Leon Schwerst, der Abwehrchef, fällt also auch noch aus. Tja, und so muss Sebastian May sogar nochmal in die Mannschaft kommen. Mein lieber Herr, Gesangsverein. Der dritte Stammverteidiger, der jetzt verletzungsbedingt ausfällt. Das ist natürlich sehr bitter. Kann mich nur wiederholen. Gut, dass wir Gülkan Gül in der Winterpause noch ausgeliehen haben. Sonst würde es noch ein bisschen enger dastehen. Allerdings möchte ich mich jetzt nicht so sehr auf Sebastian May verlassen. Ich glaube, da muss ich mir zum nächsten Spiel vielleicht noch etwas überlegen. Vielleicht sogar eine taktische Umstellung. Wobei, auf eine Dreierkette umzustellen, bringt ja auch gar nichts. Dann bräuchte ich mir ja noch einen Innenverteidiger mehr. Oder wir stellen May nicht wieder in die Innenverteidigung und irgendjemand muss hinten links aushelfen. Ich bin mir dann noch sehr unsicher, wie unsere Viererkette beim nächsten Mal aussehen wird. Können wir mal ganz kurz in die Teamzentrale gehen. Also das hatte ich auch ganz, ganz selten. Dass viele Stammspieler gleichzeitig so lange ausfallen. Kidna braucht noch 8 Wochen. Hassermäe 6 Wochen, schwerst 3 Wochen. Also für die nächsten 2-3 Spiele müssen wir da wirklich sehr, sehr viel rotieren und umstellen. Gegen Zwickau, Pallaborn und Ahlen. Das sind die nächsten 3 Gegner. Ich hoffe, das wird uns nicht zu sehr zurückwerfen. Aber ich denke, die Männer, die spielen, den vertraue ich eigentlich. Und von daher werden wir das schon irgendwie schaukeln. Hoffentlich. So wie das Spiel heute. Es war keine Glanzleistung, aber wir haben eben gewonnen. So, wir gehen noch eben einen Tag voran. Dann wissen wir nämlich auch, wie Lotte gespielt hat. Und da sehen wir, Lotte wieder auf Position 1. Die haben also gegen Osnabrück gewinnen können. So, jetzt aber erstmal wieder Training. Ach ja, Leon Schwerst ist verletzt. Deswegen, seine Trainingseinheit wird dadurch natürlich frei. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Glück an Gühl, könnte ich natürlich auch trainieren. Bringt uns aber nicht so viel. Was auch schon häufiger, was heißt häufiger, was 1-2 Mal erwähnt wurde in den Kommentaren. Und dann, dass wir vielleicht mal unseren dritten Keeper, ein vielversprechender Spieler, der ist 1,98 groß. Holy shit. Dass wir unseren Keeper, unseren Nachwuchs-Keeper Christoph Böhm vielleicht schon mal ein bisschen trainieren. Stellungsspiel. Warum ist er so schlecht im Stellungsspiel? Flugparaden-Geflex ist ja schon ganz gut. Abschlag ist auch okay. Fangsicherheit, so lala. Aber im Stellungsspiel ist er unfassbar schlecht. Deswegen erstmal herauslaufen. Denn der gute Böhm wird zur neuen Saison zumindest unsere neue Nummer 2 höchstwahrscheinlich. Gerade auf der Torwartposition stehen ja noch sehr viele Fragezeichen. So, deswegen darf er jetzt auch schon mal vorab ein bisschen individuell trainieren. Und gleich mal die Note A. Stellungsspiel gleich mal um zwei Punkte verbessert. Ja, das ist ein guter Ersteindruck, möchte ich mal behaupten. Waschewski auch. Einmal Note A, wie immer sehr, sehr gut. Einmal Note D in Angriffsszenarios. Kammerbauer Note A und Pavlidis C. Das sieht doch alles ganz gut aus. Also wir können höchst, höchst zufrieden sein. Bei den Top-Torjägern hat sich, glaube ich, gar nichts getan, so wie es aussieht. Wir gucken mal erstmal auf die Ergebnisse des 25. Spieltages, zumindest die für uns von Interesse sind. Zum Beispiel gewinnt der VfR Aalen in Erfurt mit 3 zu 0. Magdeburg spielt nur 1 zu 1 bei Bremen 2. Das ist gut für uns. Würzburg gewinnt 2 zu 0 gegen Zwickau. Und die Sportfreunde Oslotte gewinnen gegen Osnabrück mit 2 zu 1. Jo, also Osnabrück verliert dadurch am Boden. Und wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung vor den Tabellenvierten vor Würzburg. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Aber VfR Aalen bleibt uns trotzdem ganz dicht im Nacken hängen. 3 Punkte weiterhin nur der Rückstand. Und wir wiederum haben 3 Punkte Rückstand zum weiteren Tabellenführer aus Lotte. Also es bleibt nach wie vor unfassbar spannend. Karlsruhe Rostock mittlerweile fast punktgleich mit Zwickau. Ich glaube, es wird sich am Ende unter den ersten 6 entscheiden, wer da aufsteigt. Vielleicht auch noch Karlsruhe oder Rostock, wenn die eine Siegesserie starten. Oder vielleicht auch Zwickau. Denn Zwickau ist ein gutes Stichwort. Denn gegen den FSV Zwickau spielen wir beim nächsten Mal. Ich glaube wieder auswärts, ne? Ja, unser dritter Gegner aus der ehemaligen DDR, die wir jetzt also in Folge bespielen müssen. Und wir sehen schon, Magdeburg hat am 26. Spieltag den Spieltag eröffnet. Wobei, es gab sogar 2 Spiele. Magdeburg hat in Rostock nämlich gewonnen. Und wie in Wiesbaden schlägt den Halleschen FC mit 2 zu 1. Es gab diesmal 2 Freitagabendspiele. Warum auch immer. Dadurch verbessert sich Magdeburg wieder natürlich ein bisschen. Auf 42 Punkte jetzt auf Platz 5. Die haben also auch schon mal vorgelegt. Und wir müssen dementsprechend beim nächsten Mal hoffentlich dann auch gleich wieder nachziehen. Wenn wir ganz kurz gucken, die uns schwer ist. Ne. Der wird für die nächsten 2 Spiele auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen. Aber es ist echt bitter, dass 3 Stammverteidiger gleichzeitig ausfallen. Vielleicht können wir auch Rinderknecht in die Innenverteidigung mal stellen für ein oder 2 Spiele. Ich werde mir da etwas überlegen müssen. Hm. Das wird wirklich eine sehr provisorische 4er Kette beim nächsten Mal. Oder wahrscheinlich bei den nächsten beiden Spielen. Aber gut. Wie diese provisorische 4er Kette aussehen wird, das erfahrt ihr nur, wenn ihr wieder einschaltet. Beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA 18. Dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Ich hoffe ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Macht es gut. Und ciao, ciao. Sagt euer Killer. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.